Hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier zu Grand Tourist Museum Geld Glitch, Money Glitch. 1,5 Millionen Credits könnt ihr hier verdienen und das lohnt sich auf jeden Fall. Setup zeige ich euch natürlich auch noch von dem Fahrzeug und das Rennen ist auch sehr abwechslungsreich. Also macht echt viel Spaß, wirklich ein sehr interessantes Rennen hier auf Spa. Ja, Boxenstopp sind mit dabei, andere Wetterverhältnisse. Ja, aber das zeige ich euch alles hier im Video, wie das Rennen so aufgebaut ist. Auf jeden Fall kann ich euch versprechen, es lohnt sich. Und dank diesem Geld Glitch gewinnen wir hier 1,5 Millionen anstatt nur eine Million. Also eine halbe Million mehr durch den Fehlerfreibonus von 50%. Hier in diesen Rennen funktioniert ein Geld Glitch, ein Money Glitch. Das erkläre ich euch jetzt mal. Ihr bekommt Fehlerfreibonus, auch wenn ihr Fehler macht. Zum Beispiel von der Strecke abkommen, auf den Sand, auf den Rasen oder ihr touchiert ein Fahrzeug oder kommt gegen die Leitplanke oder bekommt eventuell eine Zeitstrafe. Alles Fehler, die hier im Spiel passieren können und normalerweise wäre ja dann der Fehlerfreibonus weg. Allerdings hier erkennt das System diese Fehler nicht und der Fehlerfreibonus bleibt erhalten. Das ist natürlich ein Fehler vom Spiel und dann spricht man von einem Glitch. Also haben wir hier in Gran Turismo 7 einen Geld Glitch, einen Money Glitch. Und solange der noch funktioniert, könnt ihr hier mit diesen Rennen richtig viele Credits verdienen. Es gibt natürlich viele, viele Fahrzeuge, die man für dieses Rennen auswählen kann. Ich präsentiere euch heute diesen Sauber Mercedes. Und sehr abwechslungsreich natürlich. Es wird dann auch dunkel. Oder fängt richtig stark an zu regnen. Also haltet auf jeden Fall immer das Wetterradar im Auge. Macht auch Spaß, wenn die Reifen schon ein bisschen abgefahren sind. Und man hat jetzt die Rennenhartenreifen drauf, die für Regen nicht geeignet sind. Ein bisschen Gas zu geben, um zu rutschen. Aber wir müssen auf jeden Fall Rennen an der Box und Regenreifen draufziehen. Also immer darauf achten, wie ist das Wetter. Regenradar am Auge behalten. Gegebenenfalls rennen an der Box. Und dann machen wir hier die Regenreifen drauf. Ich bin das Rennen jetzt schon öfter gefahren. Und meistens regnet es tatsächlich. Es ist schon mal vorgekommen, dass es wirklich tatsächlich gar nicht regnet. Aber das ist eher selten. Also achtet bitte darauf, bevor ihr das Rennen startet, ob ihr auch Regenreifen für das Fahrzeug gekauft habt. Sonst geht es an eine Box und ihr könnt die Reifen nicht wechseln. Das wäre dann auf jeden Fall schlecht. Ja, auf jeden Fall. Jetzt werden die Regenreifen drauf gemacht. Und natürlich voll tanken. Dann haben wir wieder einen vollen Tank. Und können hier wieder richtig schön durchstarten. Ja, die Boxenstops in Gran Turismo 7 sind auch echt cool gelungen. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Haben sie wirklich super cool hinbekommen. Und dann geht es auch schon weiter. Zeitstrafe haben wir noch drauf. Zeige ich euch mal hier an diesem Punkt. Da werdet ihr so automatisch abgebremst. Dann läuft die Zeit runter. Und danach könnt ihr wieder Gas geben und weiterfahren. Ich switch jetzt mal hier ein bisschen vor zur 19. Runde. Ich habe jetzt die Reifen abgefahren. Also die Regenreifen. Es wurde dann wieder trocken. Und dann nutzen die sich natürlich ganz schnell ab. Normalerweise würde ich jetzt die rennharten Reifen nehmen. Aber ich will euch mal zeigen, wenn ihr die anderen nehmt. Wie schnell die sich abnutzen. Und wie wichtig es ist, wirklich tatsächlich den richtigen Reifen zu wählen. Also wenn es nicht regnet, wenn es trocken ist, nehmt bitte keine Regenreifen, weil die nutzen sich extrem schnell ab. Also wirklich immer darauf achten. Wenn nicht, schaut euch mal den Himmel an und Regenradar. Fängt es jetzt an zu regnen oder nicht? Muss ich jetzt auf Regenreifen oder fahre ich mit die rennharten Reifen weiter? Ich präsentiere euch jetzt das Ganze mal, wenn die falschen Reifen drauf sind. Weil laut Regenradar sah es so aus, dass es vorbeizieht und dass jetzt trocken wird die Strecke. Aber ist nicht ganz so schlimm, weil das Rennen ist eh fast zu Ende. Ich kann mit den Reifen jetzt auch trotzdem durchfahren. Also das spielt vom Prinzip jetzt keine Rolle, dass die sich schneller abnutzen, weil das Rennen eh fast zu Ende ist. Ich habe jetzt nur für vier Runden nachgetankt. Und jetzt kann man deutlich erkennen, wie die Reifen extrem abgenutzt sind. Hinten richtig doll abgenutzt. Komplett rot alles. Vorne noch ein kleines bisschen, also auch schon sehr stark abgenutzt. Und deshalb achtet darauf, dass ihr auf keinen Fall Regenreifen benutzt, wenn es danach ausschaut, dass es nicht regnet. Behaltet immer das Wetterradar im Auge, sonst nutzen sich die Reifen halt viel zu früh ab. Und jetzt warte ich auch, weil ich genug Vorsprung habe, bis die Zeit abgelaufen ist. Und dann fahre ich einfach durch die Ziellinie hindurch und habe das Rennen hier auch abgeschlossen. Ihr hättet auch durchfahren können, da müsst ihr aber darauf achten, dass auch genug Tank noch drin ist. Genug Benzin und dann klappt es. Eine Stunde, liebe Leute, geht das Rennen. Aber das lohnt sich natürlich. Ihr gewinnt in einer Stunde 1,5 Millionen Credits. Es gibt natürlich andere Rennen wie Le Mons, Tokio Expressway oder Sandekner Strecke. Ja, da kann man auch Credits verdienen. Aber das ist hier auf jeden Fall abwechslungsreicher mit Nachtfahrt, mit Regen. Also sehr interessant. Bonus fehlerfreies Rennen. Da steht es nochmal. Totaler Quatsch. Wir hatten eine Zeitstrafe und sowas. Also daran kann man erkennen, dass der Geldglitch funktioniert. Feldstrecken Europa, Spa, da findet ihr die Strecke. Und dann haben wir hier das Geldglitch-Rennen, Volt Touring K800. Maximale Belohnung 1 Million. Aber durch Geldglitch sind es ja 1,5 Millionen, eine halbe Million mehr. Sauber Mercedes haben wir hier. 800 LP, das Setup, zeige ich euch jetzt hier auch noch. Könnt ihr gerne so übernehmen. Wirklich ein super Fahrzeug. Lohnt sich auf jeden Fall. Könnt natürlich auch andere Gruppe 1 Fahrzeuge nehmen oder auch Gruppe 2 oder 3. Völlig egal, wie ihr möchtet. Ja, und falls ihr Interesse habt an mehr solchen Videos rund um Gran Turismo 7, wo man richtig viel Credits verdienen kann, dann schaut doch mal in meinen Playlisten vorbei unter GT7 Glitch und Sheet oder GT7 Geldtricks. Auch auf meinem YouTube-Kanal Lizenzen, Missionen, Streckenerfahrung auf Gold. Auch die neue Meisterlizenz komplett auf Gold. Wenn ihr da irgendwo Hilfe braucht, könnt ihr euch gerne die Videos dazu anschauen. Musikrallye auch auf Gold alles und ganz wichtig, Update-Informationen hier auf meinem YouTube-Kanal. Seid ihr immer up-to-date, immer auf den neuesten Stand rund um Gran Turismo 7. Wenn neue Strecken rauskommen, neue Fahrzeuge, dann erfahrt ihr es hier auf jeden Fall. Ich hoffe, liebe Leute, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr doch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abonnement würde ich mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, Leute, macht's gut, ciao und gute Fahrt!